So Leute, weiter geht's. Willkommen zurück. Zurück. Wo ist die Kiste? Da hat man beim letzten Mal hier unten die Kiste geschluckt. Da. Und dann ist sie direkt in dem Hopper gelandet. Und das System muss mir doch eigentlich hier hochschicken. Wenn man mir jetzt sagt, dass die Kiste da unten irgendwo hängen geblieben ist, dann kann ich hier den ganzen Weg nochmal einreißen. Oh ne. Ich hatte hier ein paar Probleme, als ich da unten in der Nähe von dem Teil war. Von der Leitung. Warte mal, wenn wir jetzt... Ne, den Rucksack, den blauen Stein einfach, der fällt doch auf. Redstone hätte ich auch nehmen können. Das ist ja nur der Essensschrank. Ist noch nicht hier oben. Ich glaube wirklich, dass da unterwegs irgendwo was kaputt gegangen ist. Da setzt der an. Dann müsste er doch da drin landen. Eins von beidem. Okay, wir gehen auf Fehlersuche. Ich weiß nicht, ob ich dann oben was wegbaue. Wie hier, aber da war zum Glück nichts drauf. Also hoffe ich. Irgendwo hier muss doch der Fehler sein. In welche Richtung gehst du? Oh, diese blöden Komma-Titen. Oh, diese blöden Komma-Titen. Oh, ätzend. Ich kann... Ne, das läuft doch alles weiter. Die Frage ist nur, wohin. Warte mal. Oh, da kommt der ja wieder nicht raus. Dieser Honk. Leer. Also es geht in die richtige Richtung. Junge, Junge, Junge. Ich wollte doch nur die Salzmaschine fertig machen. Aber es landet nicht hier oben. Weil die Trauben voll sind. Mach doch ein neues Feld für die Trauben. Alter, ist alles noch vom Farm beim letzten Mal. Also, ich musste auf jeden Fall noch eine Ausweichmöglichkeit finden, dass wenn voll, die Sachen dann in so einer Sammelkiste landen. Nicht, dass ich jedes Mal da hinten rein muss, aber okay, gut zu wissen. Ich dachte, da könnte ich mir aufsparen bis später. Muss dann definitiv kommen. Demnächst. So, dann haben wir da auch unsere Kiste wieder. Gib mir das alles. So, welche Trauben waren denn das? Wirklich schon voll? Tatsächlich. 4 mal 16. Ist nicht so schlimm. Kann ja auch hier machen. 3. Können wir übrigens das auch noch gleich auffüllen. Oh, muss ich unten wieder zumachen, ne? Richtig ärgerlich. Ähm, Granit. Komm, Matite. Baue ich den Kram selber dahin, der so richtig behindert abzubauen geht. Das mache ich dann auch von innen wieder. So, dann muss da noch normale Erde drauf. Ah, haben wir ja auch da. Da hätte ich mich ja auch gewundert. Wo soll die sonst hin, ne? So, du kannst mal wieder Tierchen angeln. So, wir haben jetzt unsere Kiste. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt, oh nein. Gibt's her. Jetzt da oben was rein tu. Hä? Wo hat der das jetzt hingepackt? Bin ich blind? Warte mal. Hier ist doch nix. Warte mal. Mit Redstone geht das doch eh besser. Saugt den ab. Landet aber nicht in der Kiste. Alter, da geht's. Ach. Ja. Da kann's das Back natürlich rum hier. Da Mist. Du musst ja immer vom Ziel aus. Muss ich mir einfach mal merken. Vom Ziel aus. Und die Zielrichtung zeigt er immer so an, indem er... War das richtig jetzt? Also das Ziel ist in die Richtung, wo die Teile sind. So, warte mal. Perfekt. Wollen wir das mal testen? Also. Eimer ist drin. Rezept für Frischwasser ist drin. Rezept für Salz ist drin. Die nehm ich mal raus. Und, und, und. Moment mal. Ach so. Hier zieht er alles raus. Hier nimmt er nur das Frischwasser weg. Das Frischwasser geht hier rein. Dafür. Das geht hier raus. Hier soll er den Topf rausziehen. Dass er zurück geht oben rein. Und hier muss am Ende das Salz landen. Ah, okay. Jetzt fehlt eigentlich nur der Topf hier drin. Wo kommt... Ach, da fehlt noch ein Topf im System. Ja, jetzt landet der... Okay, jetzt klappt es. Der Topf landet hier drin. Aber ich seh das... Ich seh da kein... Doch, hier ist das Salz. Da ist das Salz. Geil, das funktioniert. Oh. Oh. Aber warte mal. Das hab ich auch mal gesehen. Da kann man sogar die Richtung ändern. Ziemlich cool. So. Und... Das muss jetzt eigentlich nur noch nach unten. Warte mal. Ich stell mal ab. Oh, da hab ich richtig... Aber da oben, das... Wenn das Salzfach voll ist, dann muss ich ein neues aufmachen. Oh, das wird dann die nächste Herausforderung. Dass ich dann sage, okay... Hier machen wir jetzt noch mal was anderes. Hallo. Ach so, ja klar. Jetzt hab ich es wieder aktiviert dadurch. Da ist der Schalter. Geht das so auch? Ne. Da muss ich erst noch zweimal hoch. Moment. Wir haben doch noch Gneiss. Oben ist an und unten ist aus. So, aus. Bleib ruhig aus. Denn das Prinzip funktioniert. Und jetzt bauen wir das noch alles an das Kabel unten dran. Ach so, da komm ich ja raus. Sehr gut. So, müsste ja im Prinzip funktionieren jetzt. Wenn ich... Anmache, müsste ich ja sehen. Wie hier drin... Na? Wieso komm ich da nicht... Ach so, weil ich den wieder angewählt hab. Müsst jetzt Salz. Salz! Freude! Und mehr ist es nicht. Ist... Ja, es ist noch nicht alles. Aber mit Salz funktioniert auf jeden Fall... Schon mal gut. Vielleicht lass ich das noch offen. Moment, da hinten ist mir etwas zu dunkel. Rest sollte gehen. Ich lass es noch offen. Jetzt machen wir zu. Und bei dem Beef Wellington... Ui, da brauch ich viel Platz. Ey, da musst du ja immer von einem Autocraft ins nächste. Und dann muss er immer wieder eine Sache rückfuhren. Aber, ich glaub, wenn man das... Warte mal, ich hab da grad ne Idee. Ich nehm mal... Vielleicht nicht den hier jetzt. Nehm mal das Holz. Wenn wir jetzt das... Wenn das ein Autocrafting Table ist... Es läuft raus. Was er wieder selber braucht, geht so zurück. Oben rein. Alles andere geht weiter. Hier in den nächsten Autocrafting Table. Wenn man das so eine Treppe baut. Dann braucht man... Dann hat man nicht so ein Durcheinander an Kabeln. Allerdings braucht man halt viel Platz nach oben. Aber ich glaub, das mach ich trotzdem. Weil dann ist es wenigstens einmal übersichtlich. Und für dieses Wellington Beef... Ihr könnt ja nochmal reinschauen. Okay. Wäre vielleicht Tofu sogar sinnvoller. Weil rohes Fleisch muss ich ja irgendwie selber da noch immer reintun. Aber hier Teig. Rührschüssel Frischwasser. Oder Wassereimer. Uh, das bedeutet... Und Salz. Mehl. Das bedeutet, die Wasseranlage unten... Bräuchten wir zweimal. Oder im Wechsel. Dass die einmal Frischwasser und einmal Salz herstellt. Da weiß ich aber... Kann man... Ich glaube, man kann irgendwie die Trichter umbauen. Also nicht umbauen, sondern äh... Aktivieren, deaktivieren. Also bei dem einen Signal läuft's... Ist der Trichter an und dann zieht er das raus, was der rausziehen soll. Und... Oder... Wenn man den bepowert, dann... Zieht er nichts raus. Weil da halt Strom anliegt. Oder... Wie rum ist ja auch egal. Uh, Weizen. Alter, was wird das denn für eine Farm? Spinat ist... Okay, das kriegst du so... Jumping-Jungs... Wieso brauche ich da zwei oder was? Nö. Also Pilze... Das sind alles Grundnahrungsmittel. Aber hier... Dieser Teig... Der ist schon nicht ohne. Aber das ist ja schön... Reizt mich gerade so. Ich habe jetzt ein bisschen das Prinzip unten verstanden. Wie dieses Autocrafting funktioniert. Und dass man immer... Etwas zurückführen muss, was der dann braucht. So, das können wir ja hier mal beobachten. Der hat jetzt hier... 24 Salz. Da unten. Ach nee, das ist Salpeter. 25 Salz. Seht ihr das hier? Können wir so reingucken. 26 Salz. Aber aus dieser Ansicht kann ich es nicht rausziehen. Und die Upgrades machen wir auf jeden Fall auch noch. 27. Oh, ist das gut. Boah, nie mehr hungern. Aber ist auch gut, dass ich das abstellen kann. Weil irgendwann hast du dann hier alles voller Salz. Ich brauche nur mal einen Tag farmen gehen. Das mache ich eigentlich. Das brauche ich. Vor allem nie mehr hungern. Salz ist so ineffektiv eigentlich. Also, diese Pommes. Das ist aber das Beste, was ich momentan herstellen kann. Es sei denn, ihr habt dann eine bessere Idee. Dann sagt es wir. Und... Ja, komm, wir gehen nochmal farmen. Auch wenn es dunkel ist. Einmal abernten. Dann müssen wir wahrscheinlich mal gucken. Was dann da hinten... Stopft. Oh, schön hier. Ja, hat er es jetzt. Guck mal den Rucksack. Brauche ich nicht. Nein, die Kiste. Oh, die ist weg. Verdammt. Die sollte nicht mit da rein. Boah, wenn ich jetzt noch nicht gegessen hätte, würde ich Hunger kriegen. Bei dem ganzen leckeren Gemüse. Zack, 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 zack. Brombeeren? Wo sind die normalen Bären? Ach, hier, die Trauben. Genau, die hat er nicht abgezogen. Du Rübe! Wenn er nach oben transportiert, das ist ja sowieso. Das bleibt dann halt im Controller hängen. Das ist aber auch kein Problem. Da mache ich einfach Platz. Weizen brauche ich eigentlich nicht. Wir nehmen es mal mit. Auf jeden Fall Kartoffeln. Back, 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 back. Kann man das eigentlich noch automatisch abernten? Weiß ich gar nicht. Nee, Kohle nicht. Das so geht wie mit Wasser. Ich habe ja noch einen megacoolen Turm. Aber hier die... Äh, Quatsch. Karotte steckt man ja im Ganzen rein. So. Mein Farmtower, dieser einen Map. Müsste mal suchen. Bei meinen Videos dann die Suche, die es da gibt. Farmtower. Mega alt. Habe ich vielleicht sogar noch mein Headset, ey. Wie das klang früher. Unglaublich. Ah ja, da ist die Kiste. Die kann mal da rein. Und das finde ich ein bisschen nervig eigentlich. Kann man irgendwie auch einstellen. Aber ich finde das nicht. So, ich glaube jetzt hat er sich wieder aufgehangen hier, oder? Jetzt kriegt das Ingwer nicht mehr rein. Ingwer. 4x16 ist tatsächlich voll. Aber das hat dann echt kein neues Plätzchen dafür eröffnet. Gib mir das. Oh, wie viel habe ich da reingeballert? Habe ich da alles reingetan? Na, das ist na dumm. Das ist dumm. Komm, Ingwer. Wenn ich jetzt hier... Ah, warte mal. Was hängt jetzt? Wenn ich jetzt einen rausnehme, ne? Und ich sag dem hier, komm. Neue Reihe. Dann sind da zwei drin. Und dann geht's auch weiter. Okay. Machen wir hier... Ne, warte mal. Ingwer ist doch ganz woanders. Wo war... Na, ne. Da ist doch Ingwer. Machen wir das so. Die kommen da rein. Halt. Curry Leaf. So, hat er's? Jetzt ist es Sellerie, oder was? Also, ich brauche auf jeden Fall eine Kiste, die das, was über voll ist, äh, extra aufsammelt. Wird dann wahrscheinlich beim nächsten Mal drankommen. Naja, die trauben wieder, ey. Du traubst dich, was? Voll doof. Na, ich wollte schon sagen. Kartoffeln, da sind sie. Ja gut, ich hab jetzt genug geguckt. Ich hab auch eigentlich genügend Essen im Rucksack. Könnt ihr nochmal sehen. Da. Und, äh, an der Stelle war's das. Ich danke fürs Einschalten. Ein bisschen länger mal heute apart. Aber ist ja cool, ey. Das funktioniert wenigstens schon mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ihr wollt. Und bewerten nicht vergessen. Haut drin bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.